Wir starten beim Anderlwirt und biegen in die Straße links vom Bach ein. Gasthof zur Schütt Wir starten beim Anderlwirt. 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 Und wir starten beim Anderlwirt. Wir starten beim Anderlwirt. Der Trail hat circa 5 kurze Steilstellen. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Der Weg erreicht fast die Höhe der Arche. 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 Und schließlich erreichen wir unser Ziel die Litzelhofalm. Die Querung der Arche auf der Abfahrt. Die Außenstation Peifeneheim.